Schönen guten Tag meine Damen und Herren, hier sind die EM News. Okay, also, Deutschland und Portugal sind nicht mehr in der EM dabei. Schade. Portugal hat gegen Frankreich 3 zu 5 verloren, im Elfmeterschießen natürlich. Das war sehr spannend. Und Deutschland hat gegen Spanien 1 zu 2 verloren. Das war auch eine klasse Partie von beiden Mannschaften. Also Jungs, beim nächsten Mal müsst ihr euch alle ein bisschen anstrengen, damit es weitergeht. Leider habt ihr verloren, okay? Das macht nichts. Nächstes Mal wird es besser. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017